Himmel ist lila-blassblau bis alien-grün. Vom blassblauen Schimmer bis zum leuchtenden alien-grün. Polarlichter erstrahlen über Berlin. Die Welt ist voller natürlicher Phänomene. Doch nur wenige sind so faszinierend und atemberaubend wie die Polarlichter. Normalerweise nur in den hohen Breitengraden der Arktis sichtbar, können sie unter bestimmten Bedingungen sogar bis hinunter nach Berlin reichen. In verschiedenen Farbschattierungen von blassblau bis alien-grün leuchten die Polarlichter in den Himmel und zaubern ein einzigartiges, hypnotisches Schauspiel. Ähnlich wie eine abstrakte Gemäldefabrik pumpen atmosphärische Konditionen Lichter in den Himmel, die in unzähligen Blautönen blühen, angefangen beim Zartlila bis hin zu satten Grüntönen. Aber wie kann es sein, dass diese faszinierenden Lichter auch Aurora Borealis genannt, so weit im Süden wie Berlin sichtbar sind? Polarlichter und ihre Entstehung. Die Polarlichter werden durch geladene Teilchen in der Erdatmosphäre verursacht, die von der Sonne ausgestrahlt werden. Diese sogenannten Sonnenwinde interagieren mit dem Erdmagnetfeld und erzeugen so die Polarlichter. Die verschiedenen Farben entstehen durch die Wechselwirkung der geladenen Teilchen mit den verschiedenen Gasen in unserer Atmosphäre. Wenn die Teilchen mit Sauerstoff kollidieren, erzeugen sie grünes oder rotes Licht und bei Kollisionen mit Stickstoff entsteht blaues oder violettes Licht. Polarlichter in Berlin. Polarlichter in Berlin sind eher selten, treten aber gelegentlich auf. Dies ist dann der Fall, wenn die Sonnenaktivität besonders hoch ist und starke Sonnenwinde erzeugt. Dann können die Polarlichter auch in mittleren Breitengraden wie Deutschland beobachtet werden. Es gab in der Vergangenheit einige Berichte über das Phänomen in Berlin. Zum Beispiel wurde im September 2017 ein ungewöhnlich starkes Nordlicht über Berlin gesichtet, das die Stadt in ein magisches grünes Licht tauchte. Es war das Ergebnis einer besonders starken Sonneneruption, die einen geomagnetischen Sturm verursachte. Wie kann man Polarlichter in Berlin sehen? Das Wichtigste, um Polarlichter zu sehen, ist ein klarer, dunkler Himmel. Stadtlichter und andere Lichtquellen können die Sichtbarkeit der Polarlichter stark beeinträchtigen. Daher ist es am besten, einen Ort außerhalb der Stadt mit möglichst wenig Lichtverschmutzung zu wählen. Auch das Wetter spielt eine wichtige Rolle. Bewölkung und Nebel können die Sicht auf die Polarlichter blockieren. Daher ist es nützlich, den Wetterbericht im Auge zu behalten und eine Nacht mit klarer Sicht zu wählen. Zusätzlich zum klaren Himmel und günstigen Wetterbedingungen ist eine hohe Sonnenaktivität für die Sichtbarkeit der Polarlichter entscheidend. Es gibt verschiedene Websites und Apps, die Informationen und Vorhersagen über die Sonnenaktivität und die Wahrscheinlichkeit von Polarlichtern bieten. Fazit. Obwohl Polarlichter in Berlin selten sind, bieten sie, wenn sie auftreten, ein einzigartiges und unvergessliches Schauspiel. Wenn die Bedingungen stimmen, klare Sicht, wenig Lichtverschmutzung und hohe Sonnenaktivität, steht einer eindrucksvollen Polarlichterfahrung in der deutschen Hauptstadt nichts im Wege. Auf jeden Fall lohnt es sich immer, den Blick in den Himmel zu richten. Denn ob man nun das Glück hat, ein Polarlicht zu sehen oder einfach nur die Sterne beobachtet, der Anblick des nächtlichen Himmels ist immer eine faszinierende Erfahrung. Quellen, Deutsche Welle, 2017. Wunder des Himmels, Polarlichter über Berlin. National Geographic, 2018. Alles, was Sie über Polarlichter wissen müssen, der Stern, 2017. So können Sie Polarlichter in Deutschland sehen. Autor Anita Farke, Montag, 13. Mai, 24.